Beka, Beka! Scheiße! weißt du was das ist scheiße ich habe dich natürlich gewinnen lassen ja ich weiß doch wie die Fohlen reagieren wenn sie verlieren was ich werde gleich zacken gut dem Cousin habe ich es gezeigt was mache ich jetzt ah ja mein Kryonlein ja hallo mein Schatzlein ja wer denn sonst sonst würde ich ja keine mit meinem Account anrufen oder Hasi Crayon, wer ist denn da? Es ist mein Freund Was? Dance Light? Weiß er wie spät es ist? Moment mal ist das Flash Pen? Nun ja ja Crayon leg auf und komm ins Bett Könnt ihr mir mal sagen was ihr da macht? Na sie übernachtet bei mir Ist das etwa verboten? Natürlich nicht Aber dennoch wer weiß was ihr da macht Bitte? Aber sie ist doch meine Cousine Das hat gar nichts zu bedeuten Ähm ich glaube ich lege jetzt auf Das kannst du doch nicht machen ich verlange Antworten Ach man Crayon du musst endlich lernen dich durchzusetzen Hier ich zeig dir wie das geht Nein lass da Na hast du dich wieder eingekriegt? Ich glaub meine Freundin hat was mit ihrer Cousine Was? Flash und Crayon? Niemals Ähm nun ja Gut da das geklärt ist können wir ja zocken Was? Wen holst du jetzt dazu? Ja? Du zocken jetzt Ähm okay und was? Wir spielen äh Payday Brauchen wir da nicht noch einen vierten Spieler? Verdammt du hast recht Ja? Du Payday jetzt Okay Ähm warte mal Wer sind die? Die Frage ist mir wer bist du? Ich hab zuerst gefragt Spielt das eine Rolle? Na sicher Ey es gibt jetzt etwas Wichtigeres zu tun Wir müssen diese Bank da ausrauben Na gut Auf gehts yeah TheyLZ8 Slay 10 TheYa Da 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 Da